Sind wir eigentlich schon bereit, oder? Ich bin bereit. Ich habe schon auf Durchzug gestellt, weil ich weiß, um was es heute geht. Ihr könnt doch gleich zu Hause bleiben, dann mache ich es halt alleine. Ich bin zu Hause. Ich habe wohl recht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Heute mit der 300 Dritten, glaube ich, keine Ahnung, aber mit dabei, vielleicht machen wir die 300 Dritten, ich kann schon nicht mehr reden, die Folge X. Ja, weil wir sind zu dritt, darauf wollte ich hinaus. Weil heute dabei, ihr durftet ihn heute schon hören. Karol. Was? Nicht dabei. Ihr merkt schon, wir sind genauso gut vorbereitet. Alter, ich habe gerade darüber nachgedacht, wer nicht mit dabei ist. Ihr wollt ja Flo sagen. Hi, Flo. Hi, Viktoria. Ah, nee, warte mal. Servus. Und das mache ich, das Konzentration, das kriege ich ja jetzt hin. der, nein, ich kannte, Karl-Heinz, Karl-Heinz, Egon, Johann, Oliver, Rudi. Richtig. Yay. Hi. Oh Gott, ich dachte, das fängt ja gut an. Aber bei gut anfangen können wir gleich weitermachen, weil, bevor die eigentliche Folge beginnt, wollte ich mich mal von vollstem Herzen bedanken für das Feedback für die 301. Vielen, vielen Dank dafür. Ja. Ja. Also bis auf den Standardkommentar mit aufhören und es ist gut, wenn ihr aufhört und so weiter. Die waren ja eh alle von uns, oder? Von uns selber. Ja, genau. Gut. Was haben wir in der letzten Folge besprochen? Keine Ahnung, ist mir egal. Im Chat sagen sie, ich bin auch okay und das freut mich. Karol ist nicht da, aber ich bin erträglicher Ersatz. Ich habe gepiekt. Das war die 302. Das heißt, das hier wird nicht mal die 303. Die Überleitung passt da auch nicht. Was wird denn dann als nächstes, als letztes herausgekommen sein? Das müsstest du am besten wissen, Karol. Alter, was ist denn heute? Alter, was ist denn heute? Wenn das ist, der geht mich noch hoch. Ab jetzt heißt du, Karol. Das müsstest du am besten wissen, Flo. Ja, bitte, kannst du Feuerzeug anmachen. Karada Bumma. Ja, aber ich trinke hier Weißweinschorle. Das ist kein Energydrink, selbst mit viel Fantasie nicht. Ja, letzte Folge war natürlich von mir grandios und explosiv und gewagt und bahnbrechend und eine Serie und überhaupt und sowieso. Ich will ja nicht spoilern, die Leute haben es ja noch nicht gehört. Hoffentlich. Also, naja, ich meine im Stream jetzt. Es sind zwölf Leute. Okay. Gut, dann fangen wir, denke ich, vorne an. Was wir auch machen können, ist nämlich Danke sagen für Spenden und es sind da so ein paar Spenden reingekommen, die haben sich was gewünscht. Das erfülle ich heute, weil es wurde sich endlich wieder eine LD-Folge oder eine Steppenreiter-Folge gewünscht. dementsprechend muss es dann heute doch wieder nach Osten gehen in die Steppen Eurasiens. Brechgeräusche, Brechgeräusche, Brechgeräusche. Deswegen ist Carol wahrscheinlich heute auch nicht da. Er hat kurz gesehen, was ich als Bild, als Sneak Peek gediscordet habe. Auf Discord hat er sich gedacht, nee, heute nicht. Aber jedenfalls. Ich habe nicht schnell genug geschrieben. Ja, ja. Ja, ich auch nicht. Und nur damit ihr wieder weiter kotzen könnt und keine Ahnung, euch aufregen könnt. Im Grunde genommen gründe ich auch wieder eine Reihe, die ich eigentlich schon angefangen hatte vor viel Zeit. Da haben wir eigentlich schon ein paar Folgen da drin. Also dementsprechend ist es nicht mal eine neue Reihe, die gegründet wird, sondern ich habe es mir jetzt mal ausgedacht. Das ist nämlich die Geschichte der Türken. Die haben schon was zu den Osmanen, zu den Zeltschuken. Ja, aber ich fange jetzt ein bisschen früher an, weil wir befinden uns heute fast noch in der Antike. Habt ihr schon eine Ahnung, wohin es geht? Oder Flo, hast du eine Ahnung, wohin es geht? Ich wollte mich gerade schon muten, damit man meine Würgegeräusche nicht hört, weil Steppenreiter. Also wenn es um die Türken geht, irgendwas mit einer Steppe. Naja, aber fangen wir doch vielleicht bei dem Begriff Türken an sich an, beziehungsweise Turk. War das jetzt so falsch, dass du gar nicht darauf eingehen wolltest mehr? Ja. Okay. Was bedeutet denn eigentlich dieser Begriff Turk? Das kommt eigentlich aus den chinesischen Quellen zum ersten Mal. Da ist es, wir können es eh nicht aussprechen, ich kann es nicht aussprechen, Tujue, T-U-J-U-E. Ja, jeder darf sich jetzt selber überlegen, wie man das ausspricht. Und war eigentlich die, eine der Selbstbezeichnungen des kleinen Stammes der Aschina. Also nicht der Aschina oder so, nein, der Aschina. Und das bedeutet stark oder die Starken. Türk, Türk. Und dieser Begriff wurde dann irgendwann auf diejenigen ausgedehnt, die unter der Herrschaft eben jener Aschina standen, wie etwa die Ogusen, die hatten wir schon an der einen oder anderen Stelle, das sind ja mehr oder weniger die Vorfahren der türkischen Türken, der Kaluken, ist also eher ein politischer Begriff, wenn man das so nimmt, ist dann aber auch irgendwann ja, eine linguistische oder hat irgendwann eine linguistische Dimension bekommen mit den Turksprachen und dadurch auch irgendwie eine ethnische irgendwann. Das ist dann vor allen Dingen durch die muslimischen Historiker später gekommen, also nicht die modernen, aber die des Mittelalters, das späteren Mittelalters dann zum Beispiel. Die haben dann von der Sprache dann daraus dann irgendwann Ethnien gebastelt im Grunde genommen. Das von den Aschina gesprochene alttürkische gehört zur altaischen Sprachfamilie, der auch unter anderem das Mongolische oder das Tungusische gehört. Und wie das Uralische, was es auch noch gibt und andere altaische Sprachen, ist das turkssprachige Agglutinativ. Was heißt das? Ich hoffe, dass du uns das jetzt erklären wirst. Ja, das ist, dass Bedeutungseinheiten durch ein Affix ausgedrückt werden, sowohl Zeitformen, Geschlecht oder Kasos, also vorne dran und nicht mehr hinten dran oder hinten dran. Ne, was nennt man Affix? Ein Suffix ist vorne dran. Also hinten dran. Nee, Präfix ist vorne dran. Suffix und ist hinten dran. Was ist denn ein Affix? Das muss man mal nachgucken. Habe ich mir selber rausgeschrieben und... Ist das irgendwas von Maggi? Ah nee, das war irgendwie Soßenfix und so, ne? Ach nee, ein Affix ist ein Präfix und ein Suffix. Was? Ach so, okay. Also Bildungselement, das zur Wurzel oder zum Stamm eines Wortes hinzutritt. Präfix Suffix. Also eben, es gibt ein Wort und dann treten Wörter dazu und dann bilden sie ein Wort. Das ist ja auch dieses typisch, ich hatte kurz überlegt, ob es nur vorne dran ist, aber das ist ja was anderes, aber das ist ja auf jeden Fall der Grund, warum türkische Wörter doch manchmal etwas länger werden. Und so viele Umlaute hat. Na, das ist was anderes. Kennt ihr das legendäre Meme aus dem Hobbit und Smaug? Ölölüm. Genau. Ölölüm. Ich bin der Tug. Ölölüm, genau. Ölölüm. Einfach nur ein Wort. Sorry, aber die Szene ist dadurch eindeutig aufgewertet. Ja. Heute umfasst die türkische Sprachfamilie 51 Moderne, also noch Gesprochene und elf historische Türksprachen. Der Name der Ashina selbst ist die chinesische Transliteration eines unbekannten türkischen Wortes, dessen Ursprung in Osttürkistan, also der mutmaßlichen Heimat des Ashina-Glans zu suchen ist. Wahrscheinlich ist es aber mit einem sakischen Wort, das ich nicht wiedergeben kann, verwandt. Und dieses Wort bedeutet blau. Saken sind iranischstämmig. Das passt nicht ganz, aber es gibt jedenfalls große Diskussionen, woher denn dieses Wort Ashina kommt. Blau könnte aber auch passen, weil sie sich selber teilweise die blauen Türken nennen, wiederum mit dem türkischen Wort. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet blau auf türkisch? Habe ich den Podcast schon mal erwähnt? hinzu wenig Dinge, ich kann mich gerade nicht. Also, naja zum Beispiel der blaue Himmel der Götter. Ja, ich wüsste gerne, was die blaue Moschee heißt auf türkisch, das wäre wahrscheinlich dann schon kök. Für die Leute im Feed muss ich gerade ein schmunzeln verkneifen. Nein, der verkneift sich nicht, er schmunzelt einfach nur stumm. Ja. Kök. Genau, das war zum Beispiel Kök Order im Zusammenhang mit der Golden Order, Kök Dengri, der blaue Himmel oder halt die Köktürken, von denen schon mal was gehört. Köktürken, Köktürken. Blaue Türken. Also Schlümpfe. Genau. Nee, blaue Türken. Also das weiß niemand, dass das blau heißt, aber Köktürken oder Köktürken. Köktürken, ja. Ja, genau, um die geht es heute. Wo weiß ich nicht mehr. Ja, das erzähle ich dir heute. Okay, gut, ich bin gespannt. Also in welchem Kontext du es gehört haben könntest, ob du es dann, also wo genau du es räumlich gehört hast, das weiß ich nicht. Also die, besser gesagt, ich möchte heute die Geschichte des ersten köktürkischen Kaganates erzählen oder köktürkisch. Es gibt dann aber übrigens auch die Selbstbezeichnung als Himmelstürken, also weil blau köktürkisch. Und dann hielt blau der Himmel. Und weil gerade im Chat die Nachfrage kam von König Otto, ob köktürkisch oder köktürkisch. Beides. Also G-O-K oder K-O-K K-Ö-K gibt beides. Hängt mit Veränderung der Sprache zusammen. Heute wäre es eher köktürken mit K-Ö-K historisch eher köktürkisch. Das hat aber nichts mit dem Internet-Meme Kek zu tun, oder? Nein. Okay. Ihr kennt doch sicherlich den Ursprungsmythos von den Römern, oder? Du meinst mit Wolf aufgezogen und... Genau. Achso. Kennt ihr. Dann... Aber behaltet das mal im Hinterkopf, ja? Weil der Herkunftsmythos der Aschina, den haben wir von den chinesischen Historikern überliefert, ist auch mit einem anderen Herkunftsmythos bekannt, mit den Wusunen. Die Wusunen wiederum sind auch ein antiker Volksstamm, ungeklärte Herkunft. Die sind vom ersten Jahrhundert vor bis zum fünften Jahrhundert nach Christus erwähnt. So, die lebten entlang dem Flussgebiet des Illi im Siebenstromland. Das ist der Balchas. Das tun wir unglaublich sehr bei diesem Fluss. Balchasch Balchaschsee Balchaschsee Zuerst nicht hier und dann Schö. Naja, jedenfalls da im Siebenstromland lebten die. Das ist ganz Interessante, wo man so sieht, dass sich diese Erzählungsstränge so über die Zeit halten und wie gesagt, man bekommt einem auch sehr bekannt von den römischen Erzählungen. Nach den bekanntesten dieser Erzählungen waren die Aschina ein Xiongnu-Stamm. Die Xiongnu kennen wir ja auch aus einer Folge, dessen Mitglieder im dritten Jahrhundert nach Christus bis auf einen zehnjährigen Jungen alle von den Nachbarn abgeschlachtet wurden. Jetzt mit nur einem Jungen ist das ein bisschen schwierig, so ein neues Leben zu gründen. Und sein Leben wurde dann verschont und blöderweise aber Füße und Arme abgetrennt. Und er überlebte nur, weil er von einer barmherzigen Wölfin adoptiert wurde. Also da haben wir sie, die Wölfe wieder. Ab hier wird es dann ein bisschen komisch. Also mit Hände und Füße ab, findest du schon nicht komisch. Und barmherzige Wölfin. Ja, aber jetzt überlegt euch mal ganz kurz, wie es jetzt weitergehen könnte. Also wie jetzt aus einem Jungen mehr Leute werden. Naja, er schwängerte die Wölfin und die musste sich angesichts der Gefahren dann in eine Höhle bei Gao Chang flüchten, wo sie dann zehn Jungen gebar, die dann alle zu Stammesführer wurden. Boah, da ist das kleine Kröckling. Ich nehme meine, ja, alles zurück. Ja, interessant. Jedenfalls, ich meine, so Wölfe mit Stärke und so weiter, schon alles klar, aber ja. Glauben wir diesen Mythos? Aber sicherlich. Glauben wir, dass ein arm, fuß, beinloses Kleinkind von einer Wölfe einfach brutal zerfetzt wurde? Ja, und wie History Journey gerade sagt, die wichtigste Extremität war ja noch dran. Gut, jedenfalls einer von diesen zehn Jungen, der wurde dann Ashina genannt. Und dann haben wir eben die Ashina. Zu Ehren ihrer Stammesvorfahren, also der Wölfin, brachten die Karganer jedes Jahr ein Opfer in der Ahnenhülle da und ihre Standarten trugen dann auch einen goldenen Wolfskopf. Wahrscheinlich aus der Region nördlich der Tufan Senke stammend, wurden die Ashina-Türken um 460 nach Christus von den Rouhanen in den Altai umgesiedelt. Die Rouhanen, wer ist das denn jetzt schon wieder? Kennt ihr die? Irgendwie klingelt so ein bisschen was. Ist das nicht auch dieses Volk, das jetzt in dem neuen Mulan-Film als Stallverteidiger für die Hunden genutzt wurde? Ja, mongolischer Stamm, Ja, vor den Mongolen finde ich es schwer, von Mongolien zu sprechen, aber genau, es ist eine Stammesföderation, deren Stempenreich sich das, also das sogenannte Rouhan-Kaganat vom späten vierten bis Mitte des sechsten Jahrhunderts in Zentral- und Ostasien, wo es da bestand. Es gibt dann auch Theorien, wie bei den Chiongnu, dass das die Hunden waren, dass von den, wiederum von den Rouhanen, die Avaren abstammten. Aber auch das ist nicht ganz belegt. Die Avaren, die kennen wir dann wieder als Ungarn, oder als Teile der Ungarn, um so zu sagen. Jetzt mal zurück zu den Achinam. Sie entwickelten sich dann allmählich zu einer mächtigen Stammeskonföderation, also immer noch dieser Zusammenschluss, und erhoben sich 552 unter ihrem Häuptling Boumin zu einer Rebellion, in deren Verlauf sie den Rouhanen die Kontrolle über den Nordosten Zentralasiens entrissen. Boumin, der sich nach seinem Sieg über die Rouhanen Ilik Kargan nannte. Also bei dem Begriff Kargan. Ich bin mir nicht sicher, wann dieser Wandel stattfindet in der türkischen Sprache, aber Kargan, sagt euch das was? In welchem Begriff das verwandt ist? Kargan? Ja, genau, das G wird ja irgendwann stumm. Ich bin mir nicht sicher, wann und wie und und so weiter, aber es ist ja wie bei Erdogan. Ist ja nicht Erdogan, sondern eben Erdogan, dieses G ist ja stumm. Und dann aus Khan, beziehungsweise also Kargan beziehungsweise Kargan wurde dann irgendwann Khan, also das G ist dann immer weg. Also wir haben hier den Karntitel, den wir später bei den Mongolen haben. Jedenfalls Ilik Kargan starb dann und wurde von seinem Sohn Isik Kargan abgelöst, der nur wenige Monate überlebte, also nicht besonders viel erreichen konnte. Zeitlich sind wir übrigens Mitte des sechsten nachchristlichen Jahrhunderts momentan. Und die Aschiner teilten nun ihr neu errichtetes und rasch wachsendes Reich in zwei Teile. An sich nichts Neues bei den Steppenvölkern, dass sie ihr Teil aufreichten, ihr Reich aufteilten. Das haben wir später, das haben wir früher. Im Osten regierte Buminzon Mukan Kaan oder Kargan der als Residenz das Ochontal in der Zentralmongolei Welt. Das ist Ochontal sehr berühmt später, weil dort das ist das heilige Teil der Mongolen. Dort wurde Genghis Khan zum Khan gewählt, da fanden die ersten Kugelteils statt. Ja, es gibt gerade die Frage, woher wir das wissen. Ich kann schon mal auf der einen Seite natürlich die chinesischen Historiker nennen, aber zu einem anderen Teil komme ich noch. Es ist schade, dass Viktoria nicht da ist, weil das würde sie wiederum interessieren, weil da geht es in die Richtung Archäologie. Im Westen wiederum wurde es von Istemi Yapku, dem Bruder von Bumin regiert, der sein Lager im östlichen Tianzhan Gebirge hatte. Das Kaganat war also fast von Anfang an in zwei nominell die Oberhoheit über den Westen hatte. Mukhan Kagan, der im Osten regierte gelang es reich, die verbliebenen Roran und die Kitan im Osten und die Kigisen im Nordwesten zu zwingen, seine Oberhoheit anzuerkennen. Im Westen wiederum schloss Istemi ein offensives Bündnis mit einem Schar der Sassaniden Hosrau der Erste und zwar gegen die Heftaliten die uns sind auch in der Folge der Cheong Nu über den Weg gelaufen das sind nämlich die Weißen Hunden die Heftaliten das ist aber auch wiederum eine Steppenkonfederation verschiedene Stammes Zugehörigkeiten innerhalb aber sie stehen eben mit der Westwanderung der Cheong Nu und damit eben den Hunden irgendwie in Verbindung wahrscheinlich zwischen 557 und 563 gelang es den Verbündeten das Reich der Heftaliten zu zerstören damit wurden die wichtigen Oasenstädte Soktiens wie Samarkand oder Peikent zu Vasallen der Türken und die Soktier die den Handel kontrollierten zu ihren Untertanen Soktier das könnte dir wiederum was sagen Soktien so Alexander der Große Ja aber ich könnte jetzt nicht den Finger drauflegen also dass es irgendwie in dem Bereich ist wo er hin vorgedrungen ist aber Samarkand also die Ecke Transoxanien Transoxanien sagt mir eher was als Soktien Ist das dieselbe Gegend nur in einer anderen Zeit bezeichnet oder wie ist das Es ist ungefähr dasselbe einfach eine andere Bezeichnung für leicht andere Grenzen also Transoxanien ist ja wirklich zwischen den Flüssen Oxus und Jaxates Soktien ist ein bisschen anderer Grenzausübung aber die Kerne liegen relativ übereinander hatte nicht ne warte mal jetzt glaube ich verwechsel ich es weil sie Roxane hieß aber das war nicht die Frau Alexander das war nicht von dort oder ich weiß kann auch sein dass das gerade nur eine Missassoziation bei mir im Kopf ist wegen wegen Ox Roxane in Amphipolis das klingt mir nicht in der Namen das ist Griechenland ja dann war es eine Missassoziation sorry kein Problem haben wir doch schnell nachgeschaut und die Grenze zwischen den Türken den Göktürken und den Sassaniden die Sassaniden die sind uns an der einen oder anderen Stelle schon über den Weg gelaufen die letzte große nicht muslimische Dynastie in Persien lange Zeit Feinde der Römer beziehungsweise der Byzantiner die Grenze zwischen diesen Reichen verlief zunächst am Oxus also eben einer dieser großen Flüsse Zentralasiens doch ihr Kampf um den Seidenhandel weil das war die Wichtige die Seidenstraße ging bald in einen offenen Krieg über dann eroberte Istemi Teile Bactriens das ist Nordost Iran Bactrien auch eben die Antike Bezeichnung mit 568 befinden wir uns ja noch relativ nah an der Antike nach manchen Definitionen konnten wir uns auch noch in der Antike befinden aber sie erlitten dann doch schwere Niederlagen konnten sich zerfangen und wieder nach Isfahan aber es ergab sich nichts wirklich großes draus dementsprechend blieb eben der Oxus oft so die ungefähre Grenze die Niederlage der Ruaran und der Heftaliten die hatten wir es ja schon mal erwähnt sollten jedoch auch außerhalb Zentralasiens Folgen haben und da Floh kommt vielleicht her wo du sie kennst nämlich Byzanz und der Balkan wie der byzantinische Historiker Menanda berichtete kamen 557 und 58 Pferdenomaden waren nämlich die Avaren aus dem Osten und besetzten Teile des Kaukosses und der Pontischen Steppe bei diesen Avaren die der Byzantiner diese byzantinischen Namen sind immer die Hölle Theophyklatos Simokratis als Fa beziehungsweise Schuni bezeichnete also als Vachshoniten könnte es sich eben um diese besiegten Uranischen oder Heftaliten Stämme handeln Simokratis ist übrigens der süßeste Beiname den ich kenne Simokratis bedeutet nämlich stubsnäsige Katze also der heißt Theophyklatos stubsnäsige Katze aber gut mit der Flucht ist besser als der Beiname Koprenüm das heißt nämlich wirklich Scheißname mit der Flucht der ursprünglich aus der Mongolei stammenden Avaren nach Westen die auch irgendeine Turk Sprache sprachen und deren Anführer ebenfalls einen proto-mongolischen Dialekt wahrscheinlich sprachen war ein weiteres zentral asiatisches Volk das fünfte nach Europa vorgedrungen welche fünf Reiche kennen wir denn die nach Europa gekommen sind welche fünf Steppenreiter vorher wie vorher vor den Avaren achso ja die Hunden ja Reitervölker was haben wir denn noch nochmal die Hunden 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 sie haben vier andere noch ja sag's doch mit S ja ja ne ach es gibt doch nicht wenn du es jetzt sagst dann weiß ich es gibt zwei mit S also ich weiß nicht welches du bist ja nicht Seleukiden sondern die ne Seleukiden war in der Iran ich weiß die sag mal das gibt's doch nicht das gibt's doch nicht Sküten im Chat wird's geschrieben Sküten genau danke dann gibt's noch zwei die fehlen also Hunden Sküten haben wir noch Reiter Völker die wirklich groß aufgetreten sind das waren die größten würde ich sagen oder die bekanntesten dann gibt's noch einer den kennt man wahrscheinlich vom Namen und einer nicht wirklich aber das ist der ist auch mit S sind die Samaten die Samaten sind die soweit nach Europa gekommen ja also nach Osteuropa ja nach Osteuropa ja also auf dem Balkan und so dort haben die sich teilweise umgetrieben ja das ist immer noch Europa ja ich weiß ich weiß aber ich bin doch westeuropäisch ein zentraleuropäisch gezentriert das kennst mich doch ne ja ok von den Samaten hab ich schon gehört dank des grandiosen Spiels Rome Total War weil da hat man die nämlich auf dem Balkan rumhopsen gehabt dann haben sie einem ständig die Grenze irgendwie da könntest aber noch noch wen getroffen getroffen haben wahrscheinlich mit A A die Avaren hatten wir schon die kommen jetzt gerade ja A A A erinnert so von dem Begriff her irgendwie an neuerzeitliche Reiter nur halt dass sie ein bisschen anders ausgesprochen werden also U statt A Usaren Ugona Welche meinst du Alanen Ach die Alanen ach stimmt die Alanen die hab ich ehrlich gesagt nicht als so warum hab ich die nicht als Reitervolk auf dem Schirm das kann ich ja nicht sagen doch alanische Reiter ja eigentlich schon das waren römische Auxiliare waren alanische Reiter spät ja Tatsache Alzheimer lässt grüßen Sküten, Samaten, Alanen und Hunden und jetzt eben die Avaren mit den Avaren hatte sich Byzanz einen ja äußerst lästigen Feind herangezogen der erst durch Karl den Großen im Jahr 796 endgültig besiegt werden sollte oder sagen wir mal aufgenommen werden sollte in das normale Abschlachten so keine Ahnung vielleicht Byzanz und Westeuropa übernahmen von den Avaren was äh Sattel die Steigbügel die Eisernen waren die Steigbügel nicht später das waren die Avaren die Eisernen Steigbügel verdammt wer waren die Sättel die waren doch auch relativ spät erst also du meinst diese oder waren das die Mongolen du meinst diese nach vorne diese ja halt richtige Ledersättel also richtige Sättel und nicht einfach in Anführungszeichen nur Tücher über den Rücken vom Pferd das muss vorher passiert sein die Mongolen waren safe nicht die hatten das nicht so sehr hatten das nee das hatten die doch schon also die Römer hatten keine Steigbügel das weiß ich das war das Spannende an römischen Reitern das habe ich ja schon überprüft also Steigbügel kommen von den Avaren die Frage ist die Frage ist jetzt nur wann diese Sättel kommen die du meinst hm hm Wikipedia wird es uns sagen aber da in dem Text den ich gelesen habe auch in der Verbindung mit einem hohen Knauf äh steht würde ich mal behaupten dass es möglicherweise beides richtig ist jedenfalls hatten die Avaren wohl auch schon einen hohen Steig also einen hohen Knauf vorne dran an dem an dem Sattel die Sküten ein bekanntes Reitervolk der Antike die als erstes einen Sattel verwendeten ah das ist immer ja und äh im Chat kommt gerade noch was von den Patern die mit dem Knauf naja also irgend so ein Reitervolk hat irgendwann mal den Sattel vorbeigebracht jedenfalls konnten nämlich die Avaren sich durch die Steigbügel dann aufstellen auf dem Pferd und nach hinten zum Beispiel schießen äh oder eigentlich in fast jede Richtung außer nach unten vielleicht nach oben bringt wenig aber äh sie konnten nun eben schießen und Avarenkrieger hatten auch schon sehr früh gebogene Klingen für ihre Schwerter verwendet was die Schneidleistung erhöht weil äh wenn so ein Schwert kommt haut auf dich das hat halt die Kraftauswirkung auf der kompletten Klingenseite das heißt es geht halt einiges an Kraft verloren wenn du aber mit zum Säbel getroffen wirst genau an der Stelle dann ist halt mehr Leistung mehr Gewicht auf diesem Punkt und dementsprechend höre Schneidleistung und gerade wenn du von dem Pferd von oben runter schlägst ist so ein gebogenes Schwert da deutlich wirkmächtiger da ist halt also es kommt drauf an was du halt anrichten willst wenn du halt im vollen Galopp quasi das machen willst dann ist ein Säbel besser wenn du aber fechten willst wie es zum Beispiel schwere Kavallerie manchmal gemacht hat dann greift man immer noch zum geraden Schwert also man findet da alles mögliche Kavallerie Säbel eher was für leichtere Kavallerie Kavallerie Schwerter eher was für schwere Kavallerie aber da es ja eben um schnelles Reiten geht darum ging es ja sind eben die Schneidleistung wenn man von oben auf Infanterie drauf haut dann kann das schon ganz praktisch sein wenn man eben schneller ist gut die Avaren Säbel waren auch übrigens am Ende noch spitz das heißt die konnten noch zustechen aber erstmal genug des Exkurses was jetzt interessant war weil diesen fliehenden Avaren da waren ja jetzt die Westtürken dicht auf den Fersen also die Westtürkischen Blautürken weil für den Kagan waren die Avaren sein Untertan und die hatten mit der Flucht Verrat begangen begonnen begonnen sie hatten Verrat begangen begangen und dieses Muster sehen wir dann auch bei den Mongolen und den Kipchaken einige Jahrhunderte später die dann vor den Mongolen fliehen zu den Russen zu den Ungarn und dann immer die Mongolen hinterher kommen und dann immer fordern kippt uns unser Kipchaken zurück als Reaktion kam dann auch im Winter 568 69 eine türkische Gesandtschaft unter der Führung eines soktischen Adlik nach Konstantinopel und in dem Zusammenhang könntest du es mitbekommen haben weil die Göktürken sich dann mit Konstantinopel verbünden sollten das könnte das gewesen sein jedenfalls diese erste Gesandtschaft verfolgte erst einmal drei Ziele erstens verlangte Istemi der Kagan das Kaiser Justin Justin der Zweite habe ich mir das richtig rausgeschrieben bestimmt Justin der Zweite Justin oder was bin ich mir gerade unsicher welcher Kaiser das ist lieber Factcheck Kaiser Byzanz Liste bevor ich irgendeinen Stuss erzähle also Justin Jan der Zweite ist im 8. Jahrhundert gestorben kommt das hin nein es gibt einen Justin der Zweite Justin der Zweite gut der Justin der Justin ja ich hatte noch so ein paar andere den Maurice hatte ich noch in dem Text den Maurice ja was war dann doch nicht ganz Maurice das war dann nur die englische Sprache hat das draus gemacht aber im Original ist es was ganz anderes aber egal und zudem kam jetzt der Köktürke Kevin genau okay also oder als Ich stehe mir bekannt beziehungsweise seine Gesandten der hieß bestimmt Kevin und jedenfalls verlangte Kevin dass die entlaufenden Sklaven so sah er das ja also dass die Erwaren sich nicht im Byzantinischen Reich niederlassen durften und dass die zurückkommen sollten zweitens suchte er nach einem Verbündeten gegen die Sassaniden im Iran weil naja alleine haben sie gemerkt dass sie alleine gegen die Sassaniden nicht gewinnen konnten der Konflikt mit den Persern war auch unter anderem übrigens darauf darüber ausgebrochen weil die Türken einen zu hohen Tribut forderten also die Türken wollten von den Persern einen Tribut haben die Chinesen waren das bereit zuzuleisten also da gab es Tribut in Form von Seidenballen die die chinesischen Dynastien geleistet haben die dann über die Sogdia das war die Hand die die Händler über die Seidenstraße nach Westen verkauft worden sind aber die Perser konnten und wollten auch nicht ähnlich hohe Summen bezahlen und sie wollten den Händlern auch gar kein freies Gilead geben sondern vergifteten dann teilweise große Teile der Delegationen oder töteten sie dementsprechend ja waren die Göktürken nicht ganz so gut darauf zu sprechen wirklich erfolgreich war dieses Bündnis aber aus verschiedenen Gründen unter anderem einer Geisteskrankheit des Basileus nicht als dann auch noch Kargan Istemi verstarb kippte die Situation also nachdem sie sich zuerst mit ihren Verbündeten der Disassaniden verscherzt haben jetzt auch noch mit den Byzantinern weil dann passiert irgendwie nichts und dann kam eine byzantinische Gesellschaft Gesandschaft wäre das bessere Wort das ist mir gerade erst eingefallen zu den Göktürken und forderte die auf es greift doch mal die Disassaniden an aber der neue Kargan behauptete dann der Kaiser der sei ja ein Betrüger der habe jetzt ja ein Abkommen mit den Erwachen geschlossen das hätten sie eigentlich nicht machen sollen und ja dementsprechend sei das jetzt alles hinfällig und ja man müsste sie sie jetzt angreifen und im Winter 1576-1777 überquert dann auch ein türkischer General den wahrscheinlich zugefrorenen kimmerischen Bosporus und eroberte die Stadt Pantikapayon so das sind jetzt der kimmerische Bosporus und Pantikapayon Namen von dem wir nie was gehört haben aber wenn ich das ins Modern übersetze dann können wir leider etwas damit anfangen das ist nämlich der kimmerische Bosporus das ist heute die Straße von Kerch Pantikapayon ist auch Kerch die Stadt heute und was ist da heute Flo warum ist das heutzutage wichtig warte mal ja ich habe es jetzt gerade nicht abgerufen bereit ich gucke es schnell Kerch 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 die Krimbrücke ja genau danke ja hier hab es doch denk dran ich habe heute meinen langsamen Tag ich weiß ja nicht mal wer einen Sattel erfunden hat also also wir kommen dann doch irgendwie immer wieder bei der Ukraine an die Türken baten sich dann langsam ihren Weg durch die Krim in Richtung des wichtigen byzantinischen Außenpostens Kerson und da wurde es den Türken Mitte 579 gelangen Kerson zu erreichen erwies sich ihre Belagerung als erfolgslos mit diesem Vorschluss hatte das Kaganat aber seine maximale Ausdehnung seine maximale Ausdehnung erreicht es erstreckte sich von der Manchurei im Osten bis zur Küste des Schwarzen Meeres also ein großer Teil des Eurasischen Steppen Gürtels und sie kontrollierten einen Großteil der Pferdezucht der ganzen Welt was ihnen einen erheblichen Vorteil einen erheblichen strategischen Vorteil gegenüber ihren chinesischen und sassanitischen Gegnern verschaffte weil Kavallerie als Einsatztruppen eben doch sehr mächtig waren und natürlich kontrollierten sie auch noch die Seidenstraße ist ja auch irgendwie nicht schlecht zwölf Jahre später hat sie der byzantinische Kaiser Maurice eigentlich aber Maurikios eine überraschende Begegnung mit türkischen Kriegsgefangenen im Jahr 590 hatte ein sassanitischer General der gerade ein türkisches Heer in der Nähe von Herat besiegt hatte einen Putsch gegen den Schah inszeniert und seinen Sohn Kosrau den Zweiten ins byzantinische Exil gezogen Kosrau gewann die Unterstützung von Maurikios der ein Heer gegen eben jenen Osopato schickte der bei Urmea besiegt wurde Theophylakt Simokota berichtet über das Schicksal der Gefangenen und nicht Terrakota oder irgendwas Simokota heißt der Typ ist ein Historiker also der Byzantiner damals Kosrau übergab einige Gefangene den Klauen des Schwertes während der andere als Spielzeug für die Füße der Tiere präsentierte Elefanten als er erfuhr dass einige der Gefangenen türkische Abstammungen waren schickte er sie zu Kaiser Maurikios an ihrer Stirn war das Zeichen der Passion des Herrn eingraviert das von den christlichen geistlichen Kreuz genannt wird wie würdet ihr dann diese Quellenstelle interpretieren Alter ich habe seit 6 Uhr du weißt es univrein jetzt soll ich hier noch Quellenstellen interpretieren willst du mich verraten deine Dozententätigkeit endet mit dem Ende des Kurses um 18 Uhr naja also einerseits finde ich es interessant dass es als Hinrichtungsart wohl Blattrampeln durch Elefanten gab aber aber die hatten Kreuze auf der Stirn ja warum weil sie christlich geworden sind achso konvertiten es handelt es sich nämlich um türkische oder vielleicht auch soktische Söldner aus Buchhara deren Mütter ihnen als Kinder eben das Kreuz in der Stirn tatuiert haben lassen weil so offensichtlich christliche Missionare 20 oder 30 Jahre zuvor in Soktien erzählt haben dass diese Tätivierung die Pest abwehren würde hat bestimmt super funktioniert wunderbar also die die es hatten die haben scheinbar überlebt an sich für die große politische Bühne ist diese Story nicht wichtig aber irgendwie interessant die Verstrebungen der Welt zu sehen wie ich zum Beispiel finde also dass da jetzt irgendwie Christen bei den Türken herumlaufen hier beschossen und dann sich dieses Kreuz in der Stirn tätowieren lassen um dann bei den Byzantinern in Kriegsgefangenschaft zu geraten naja aber das türkisch-byzantinische Bündnis wurde dann Mitte der 620er Jahre wiederbelebt und sicherte Konstantinopel den Sieg über die bis dahin unbesiegten Sassaniden Kaiser Heraklios suchte dann einen Verbündeten um den Krieg gegen das Perserreich zu führen deswegen kam er dann auf den westtürkischen Herrscher Tong Yapgu der versuchte die Handelswege in der Steppe gegen die Sassaniden zu schützen also sie hatten beide dieselben Interessen und denselben Feind konnten sich das irgendwie dann vorstellen da zusammenzuarbeiten aber Yapgu auch dieser Begriff kommt uns irgendwie bekannt vor wenn wir uns erinnern an die Folge zu den Seltsuken da haben wir nämlich auch den Titel des Yapgu am Anfang bevor die den Titel des Sultans annehmen also Tong Yapgu ist auch wieder ein entsprechender Name der dann später in ja eben nicht Anmaßung sich Khan zu nennen eben auch als Herrschaftstitel verwendet wird Tong Yapgu schickte zunächst Heraklios eine Eliteeinheit berittene Krieger und dann führte seinen Neffe Anfang 627 eine Streitmacht aus dem Nordkaukasus nach Süden in das Gebiet der Sassaniden die Türken stürmten die vermeintlich uneinnehmbare Festung von Terbent am Westufer des Kaspischen Meers und drang dann in das heutige Aserbaidschan ein und schwenkte man nach Zentral-Georgien ein das ist ein kleiner Sassaniden Versalen Staat zu der Zeit aber als sich dann die Belagerung von Tiflis hinzog ja dann kehrte der türkische Befehlshaber nach Zentral-Asien zurück und Heraklios wandte sich dem Süden zu wo er dann Ende 627 in der Nähe von Ninive eine große persische Armee besiegte das führte schlussendlich dazu das Anfang 628 Hosro der zweite abgesetzt und ermordet wurde nicht lange danach nahmen dann auch die türken Tiflis ein wovon dann vor allen Dingen Heraklios profitierte indem er nämlich Iberien in einen Versallenstaat umwandelte aber ich sagte jetzt Iberien wundert das irgendwen warum ich Iberien sage das klingt nach Spanien und das wäre ein mordsmäßiger geografischer Sprung genau im Chat kam schon Kaukassus Iberien weil aus irgendeinem Grund es gibt bestimmt eine Erklärung die ich gerade nicht berat habe gibt es ein Iberien sowohl in Iberien also die iberische Halbinsel als auch auf dem Kaukassus ein Iberien in der Antike gibt noch sowas doppelt war das was war das es gibt noch Galater ja das ist das ist Galia die aber nicht dort sitzen wo man so vermutet also die also Kelten ja ja aber die sitzen halt in der Türkei richtig ja stimmt es gibt noch Galicien das ist auch doppelt es gibt ein Galicien auch in Spanien und eins in Polen oder Ukraine es gibt so ein paar interessante Doppelbezeichnungen wo man sich auch überlegt wie das hingekommen ist aber nun gut das ist jetzt auch nicht Inhalt der heutigen Folge jetzt habe ich mich aber in den letzten Minuten doch sehr auf den Westen des Reiches konzentriert im Osten herrschte ja Wannunkargan und Samukankargan eigentlich ja der Oberkagan dieser hatte seine Autorität rasch auf die Ritan und die Kirgisen ausgeweitet das sagte ich schon und hat auch im Nordwesten Chinas Fuß gefasst ein Angriff auf die nördlichen Chi scheiterte jedoch nach seinem Tod folgte ihm dann Taspar Kargan der noch im westlichen Flügel als Oberherr oder Oberherrscher anerkannt wurde und damit das gesamte göttürkische Karganat führte obwohl der Westen natürlich im Grunde selbstständig handelte Taspar gelang es einerseits von den chinesischen Reichen erhebliche Tributzahlungen zu erzwingen auch das wurde schon angesprochen die Seidenball näherte sich aber andererseits auch der chinesischen Kultur an es äußerte sich insbesondere mit der starken Förderung des Buddhismus beispielsweise aus der Bogut Stähle unter Gründung einiger Klöster zu erkennen und diese Stähle ist übrigens interessant und jetzt kommen wir zu es tat mir leid ich habe eure Fragen gesehen nach der Quellen oder die Frage nach den Quellen ich wollte sie nur nicht beantworten weil ich noch dazu komme wir haben nämlich tatsächlich Inschriften der Göktürken die haben geschrieben auf dieser Stähle noch auf Soktisch was auch darauf hindeutet wie wichtig diese soktischen Händler waren aber Ende des 7. Jahrhunderts scheint das Karganat eine eigene türkische Schrift eingeführt zu haben also es scheint um diesen Zeitpunkt also wir haben auch göktürkische Inschriften in türkischer Runenschrift nicht viel aber wir haben sie was für Viktoria extra interessant war als ich das gelesen habe habe ich mir gedacht da schreibe ich auf es ist hier nicht da aber gut trotz Einflusses des Buddhismus änderten sich die Begräbnis Rituale nicht also normalerweise neue Religionen neue Begräbnis Rituale das änderte sich aber nicht die wichtigsten Gottheiten des göttürkischen Pantheons vor dem Buddhismus waren ich habe ihn heute schon erwähnt wie könnte er heißen der oberste Gott der blaue Himmel also Tengri Tengri es gibt noch die Erd- und Wassergöttin Ituk Yersub und die Fruchtbarkeitsgöttin Umay und die Todesgöttin Erkling Khan der Schöpfungsmythos der Göktürken findet dann auf der Gedenkstede die 732 für Kultegin errichtet wurde als der blaue Himmel oben und die braune Erde unten geschaffen wurden wurde zwischen ihnen ein Mensch erschaffen so ungefähr das steht da und die Menschen das sind ja gut die Menschen aber egal die Göktürken behielten dann auch ihre Bestattungsrituale dabei das sagte ich ja und ich habe da eine Quelle mitgebracht die habe ich mir rausgeschrieben das ist ganz interessant das ist von Juju das ist die Chronik des nördlichen Schuh Zitat wenn eine Person aus dem herrschenden Clan stirbt wird der Verstorben in seinem Zelt aufgebahrt seine Nachkommen und Verwandten töten ihre eigenen Schafe und Pferde vor dem Zelt und halten eine Art Begräbniszeremonie ab sie reiten siebenmal im Uhrzeigersinn um das Zelt herum und jedes Mal wenn sie die Tür des Zeltes erreichen schneiden sie sich mit Schwertern ins Gesicht und weinen jedes Mal so vergießen sie gemeinsam Blut und Tränen sie verbrennen und begraben den Verstorbenen zusammen mit ihren Pferden und Alltagsgegenständen ist der Verstorbene im Frühling oder im Sommer gestorben graben sie den Boden für die Beisetzung seiner Asche im Herbst wenn die Pflanzen und Bäume verdorren ist der Verstorbene im Herbst oder Winter gestorben wird der Boden für die Beisetzung im nächsten Frühjahr ausgehoben wenn die Blumen und Bäume blühen am Tag der Beerdigung führen alle Verwandten des Verstorbenen eine Zeremonie durch bei der sie auf einem Pferd umherreiten und sich wie umerwähnt selbst das Gesicht schneiden nach der Beerdigung errichten sie Steine am Grab und legen die Grabmarkierung an die Anzahl der Steine hängt von der Anzahl der Feinde ab die der Verstorbene zu Lebzeiten getötet hat also einerseits wenn du ein bisschen älter geworden bist ich glaube du hattest ein ganz schön vernarbtes Gesicht ich wollte es gerade gesagt haben das tut doch weh jedes Mal irgendwann hast du Hornhaut glaube ich du hast ja gesagt dass jedes Mal beim Umzelt umkreisen sieben Mal sieben Mal also Spine sieben Mal also einerseits bei dem also in dem Zelt wo der aufgebahrt ist und dann wenn er noch verbuddelt wird oder die Asche verbuddelt wird oh je weh ja rummisch aber gut dann irgendwann ändern sie doch übrigens ihre Bestattungsarten nicht mit der Ankunft des Buddhismus aber irgendwann gehen sie dann zu Erdbestattungen über die sie aus dem einfachen Volk tatsächlich übernommen haben also bei den normalen Türken war die Erdbestattung üblicher schon davor irgendwann wird es dann auch Mode für die Eliten in den meisten Aspekten einschließlich der Beisetzung eines aufgezäumten und gesattelten Pferdes zusammen mit den Verstorbenen und das von Valentinus das ist ein eine wichtige Quelle muss man so zusammen zu fassen der hat uns von Menschenopfern berichtet auch war dieses Ritual dem Skütigen und auch den honischen Reiternomaden sehr ähnlich ja weil der Hobbyarchäologe schrieb schon kurios aus unserer Sicht aber wir hatten später auch Orden die eben Namen also wahrscheinlich also was mir natürlich einfällt ist die schlagenden Burschenschaften von früher und so weiter natürlich Namen waren auch immer mal Mode übrigens Grab und Gedenkstätte befanden sich nicht am selben Ort und der Ort der eigentlichen Beistattung Beistattung war stets ein Geheimnis Bestattung war stets ein Geheimnis so wird ein Schuh draus darüber hinaus wurde die gleiche Anzahl von Steinstelen Balbas genannt errichtet wie für die Feinde die der Verstorbenen zu Lebzeiten erschlagen hatte und die Anzahl variiert dann natürlich mit der militärischen Laufbahn der Verstorbenen und reicht von einigen wenigen bis zu mehr als 300 was eine Reihe von mehr als drei Kilometer Länge ergibt also er hatte dann den längsten die Augen sind kurz nach oben gegangen bei Flo da fehlte der Tusch Moment das Tusch kriege ich hin so da ist er jetzt muss ich finden wo ich war ach so ja dieser Brauch zeigt welchen hohen Stellenwert bei der Göktürken Elite die Leistung eines Kriegers hatte also nicht die Händler haben für jedes abgeschlossene Geschäft irgendwie was bekommen sondern eben für jeden Gegner den man besiegt hatte das setzt sich dann auch später bei den Ogusen fort wie uns zum Beispiel eben Fadlan dann auch bezeugt haben von den Ballballs unterscheiden sich die anthropomorphen Granitfiguren innerhalb der steinernen Einfriedungen die in der Regel stehend oder seltener sitzend mit stilisierten Gesichtern Armen und Händen vorgefunden worden sind die wenn ihr Göktürken mal googelt das sind eine der wenigen Bilder die ihr dazu wahrscheinlich finden werdet also diese doch sehr interessant anmutenden Kopffiguren so ein bisschen Osterinseln Style aber dann doch leicht anders damit man sich das mal ohne Bild vorstellen könnte die Figuren sind überwiegend männlich das erkennt man an Schnurrbärten und Kriegsgürteln wir haben teilweise bis zu zwei Meter hohe Steinfiguren die in der Regel den toten Helden darstellten die sind dann manchmal noch von einer kürzeren Reihe oder Gruppe kleiner andere Bromorphe oder Zomorphe Steinfiguren umgeben die dann eben die Umgebung dieses ja Gefallenen darstellen oder dieses Verstorbenen darstellen daneben steht oft ja man könnte Steinkisten sagen also vier aufrecht stehende beschriebene Steinplatten also eben Textquellen die dann zum Beispiel das Leben der Verstorbenen beschreiben und deswegen haben wir zum Beispiel Herrschernamen deswegen haben wir die auch so gut und auch relativ gut datiert weil wir eben schriftliche Quellen haben auch wenn sie auf Stein sind und dann auch oft in der alttürkischen Runenschrift oder chinesisch oder sorg dich je nachdem wo wir gerade unterwegs sind am außergewöhnlichsten ist sicherlich der 42 Meter lange Grabkomplex von Chodron Bumbaga der 2011 in der Nähe von Ulan-Herem im Bulgan-Aimak ausgegraben worden das ist die Zentral-Mongolei das war das erste Göktürkengrab mit gut erhaltenen Wandmalerei die sowohl chinesische als auch koreanische Einflüsse erkennen lässt völlig fremd war den außenstehenden Völkern die Liberats-Ehe auch die hatten wir schon an der einen oder anderen Stelle hier was ist denn die Liberats-Ehe das ist auch für uns komisch das ist das was auch bei den Mongolen später braucht das ist ja man heiratet halt die Stiefmutter also beim Tod des Vaters oder eines Bruders des Vaters heiratet ein Sohn Bruder oder Neffe des Verstorbenen die Stiefmutter natürlich niemals die leibliche Mutter oder eben Tante oder Schwägerin je nachdem was dann der Verwandtschaftsgrad war also das ist die Liberats-Ehe die wir dann auch in der göktürkischen Gesellschaft haben aber kehren wir mal zurück zur politischen Geschichte das Jahr 581 brachte sowohl in China als auch im ersten Kaganat entscheidende Veränderungen in China gelang es nämlich der Sui-Dynastie das Land politisch zu vereinen und ihre militärische Macht massiv auszubauen Flo das könntest du es doch noch wissen der Kaiser der der China eint Xingxiu Haddi genau ich glaube ich habe ihn sogar halbwegs richtig ausgesprochen besser als ich Xingxiu Huangdi so rum ja müsste der gewesen sein der erste einer ich habe so viel der erste Kaiser gespielt grandioses altes Städtebauerspiel da ist der einem mehr als einmal begegnet ja weil ich frage mich gerade ob das der tatsächlich war du hast mich nur nach dem ersten Kaiser gefragt ich habe keine Ahnung aber der müsste der erste also der erste Eingangskaiser ich dachte nämlich auch weil ich hatte in einem Text also ich habe natürlich keine Texte über das Chinesenreich gelesen und in dem Text den ich gelesen habe stand das ist eine spätere Sui-Wendi heißt der never mind weil ich hatte gerade auch kurz über den Daumen gebrochen wann eben jener lebte den du nanntest und das war früher ja gut kann ich nicht wissen du hast nicht also jetzt müsste man wissen wie man den schreibt aber der müsste früher gelebt haben ja er hat früher gelebt der Kaiser war Sui-Wendi oder wie man den auch immer ausspricht deswegen heißt die Dynastie ja auch so macht ja viel mehr Sinn aber jedenfalls einte diese Dynastie dann China und ein geeintes China ist stets mächtiger als ein zerstrittenes China und im Kaganat verstarb Tasbar und dann kam es zu einem Bürgerkrieg der von 581 bis 603 andauerte und zur Spaltung des Landes führte und es führte zu einer Umkehrung der Rolle war es zuvor das Kaganat was von den Chinesen Tribut bekommen hatte waren es nun die Chinesen die von dem Kaganat Tribut bekommen haben mehr oder weniger und zu Beginn der türkischen Machtkämpfe hatte dann der außenpolitische Berater des chinesischen Kaisers empfohlen Zitat Tardusch der westtürkische Yabku hat mehr Soldaten als Shetu Ichbarakagan regiert aber unter ihm nach außen hin halten sie zusammen aber untereinander sind sie verfeindet würde man ihre Leidenschaft schüren so würden sie ohne weiteres anfangen sich gegenseitig zu bekämpfen nun sollte man sich mit dem verbünden der weit weg lebt und den angreifen der Nähe lebt die Macht der starken teilen und die schwachen versammeln Liebe ZuhörerInnen ich würde mich ganz kurz aus dem Schnittchen melden und zwar haben wir nicht nur Kofi als Möglichkeit uns zu unterstützen nein wir haben auch eine IBAN eingerichtet an die ihr Geld überweisen könnt Geld mit dem wir dann diesen Podcast verbessern können mit dem wir unsere laufende Kosten decken können und ja einfach dafür sorgen können dass dieser Podcast weiter existiert und weiter Folgen produziert Vielen Dank an alle die es tun und alle die es tun werden Also schön gegeneinander ausspielen das was China schon immer gemacht hat und auch immer machen wird die Steppenreiche gegeneinander ausspielen auch im Inneren Nach Taspas Tod stritten dann auch tatsächlich vier Anwärter um das östliche Karganat die alle irgendwie verwandt waren und deren Namen ich euch jetzt gerne erspare weil das führt eh zu nix und die können sich auch nicht wirklich durchsetzen Teilweise kooperierten sie miteinander um sich dann wieder zu bekämpfen um die Seiten zu wechseln ja durchsetzen konnte sich eben nicht so wirklich einer am ehesten vielleicht deswegen nenne ich ihn aber er hat drei Namen Shetu Niva oder Ishbarakaga der wurde ja gerade eben schon angesprochen das ist eben immer dieselbe Person das macht es nicht leicht den zu identifizieren um sich dann ja gegen den Westteil und andere Kandidaten abzusichern unterwarf er sich dem chinesischen Kaiser jetzt haben wir ihn eben Sui Wendi anschließend griff er Apakagan im Westen an besiegt ihn doch er starb kurze Zeit später also der Kaiser oder Kagan im östlichen Reich der wurde dann von seinem Bruder abgelöst der möglicherweise in einer Schlacht gegen den sassanidischen General Varam Chobin bei Herat getötet worden ist Zeit für einen Exkurs ich sehe heute die Folge der Exkurse Varam Chobin ist eine sehr interessante Person ich habe ihn ich dachte nämlich warum soll ich den Namen nennen habe kurz nachgeschaut der ist tatsächlich interessant weil er entstammte einer partischen Adelsfamilie also keine sassanidischen sondern einer partischen Adelsfamilie und sollte später den Thron der Sassaniden als Usopator übernehmen und war damit der erste Nicht-Sassanide seit über 360 Jahren auf dem persischen Thron das war nicht lange für ein Jahr oder so und dann verschwindet er aus den Quellen keiner hat mehr von ihm gehört was wohl da passiert ist aber die spätere Dynastie der erste persische Dynastie nach der Eroberung durch die arabischen Muslime ja die sollten sich dann wieder zumindest der Erzählung nach auf ihn berufen also irgendwie doch ein sehr interessanter General war aber zurück zu den östlichen Göktürken wo Ichbaras Sohn Dulan Kagan dann irgendwann regierte ich muss gerade über Peradans Witz lachen er ist in Rente gegangen sicher er wurde in Rente gegangen hat bestimmt im Himmelreich viel bekommen Seine Regierungszeit wie auch schon so oft davor war durch Zwietracht gekennzeichnet die eine chinesische Politik der Bevorzugung von Geschenken innerhalb der königlichen oder kaganatischen Familie Kaiserlichen hervorrief 597 stellte er die Tributzahlung an die Sui ein und wurde zwei Jahre später durch Zufall ermordet Der westzirkische Kagan Tardusch nutzte die Gelegenheit um seinen Anspruch auf ein vereintes Kaganat geltend zu machen Da Kaiser Sui Vendi eine solche Wiedervereinigung um jeden Preis verhindern wollte bestach er mehrere Stammesführer damit sie die Autorität von Tardusch Kagan ablehnten Als dieser daraufhin einen Feldzug gegen China und seine abtrünnigen Stammesführer startete vergiftete Shang Sun Xing also ein Chinese die Quellen und Brunnen entlang Tardos Marschroute dezimierte seine Armee und zwang ihn zur Flucht Die Einheit des Göktürken Reichs war nun endgültig zerbrochen und im Osten regierte ein Vassall Chinas der heißt Jami Kagan aber der wird nicht mehr so wichtig werden Der Jamie Nach Kevin Jamie Auch der neue Kagan scheint die Annehmlichkeiten des chinesischen Lebens gegenüber den rauen Annehmlichkeiten der Mongolei bevorzugt haben Im Jahr 608 stellt nämlich Kaiser Yangdi Yangdi in einem Edikt fest dass der Kagan Zitat oft den Wunsch geäußert hatte ein Haus wie das seine wie das seiner chinesischen Nachbarn zu errichten mit Balken und Zimmern da er die Filzwände und Vorhänge der Jurten für primitiv hielt Zitat Ende So erhielt der Kagan ein Haus an der großen Schleife des Gelben Flusses Nachfolger des schwachen und abhängigen Yami wurde sein Sohn Shibi Shibi Kagan der sich aktiv in die chinesische Innenpolitik einmüchte Er begann damit seine Verwaltung zu stärken und mehrere soktische Berater und Beamte einzusetzen Was der chinesischen Regierung missfiel Im Jahr 615 lockte der Kaiser auf Rat von Baiku das war sein Minister den soktischen Chefberater des Kagans den Namen spreche ich jetzt nicht aus in eine Falle und ließ ihn hinrichten und daraufhin stellte der Shibi Kagan seine Tributzahlungen ein und belagerte den Kaiser kurzfristig als er sich in einer Inspektionsreise in der Provinz Shang-Chi aufhielt Zu dieser Zeit herrscht in China aufgrund eines äußerst kostspieligen Krieges mit Korea Unruhe und der Erfolg von Shibi Kagan ermudigte unzufriedene chinesische Fürsten sich von Sui loszusagen und seine Oberherrheit nicht mehr anzuerkennen Schweinemeer bist du tatsächlich eben jener dir wollte ich noch einmal explizit danken das freut mich dann weil ich bereite tatsächlich daraus was vor und dann wäre es dann das danke gekommen wenn die beiden Bücher nee ich habe zwei verschiedene Bücher spenden bekommen dementsprechend bist du das mit den zwei Bücher oder das mit dem einen Buch super vielen vielen Dank da habe ich mich sehr drüber gefreut wenn das von dir ist weil das Buch wollte ich immer haben habe es mir bisher noch nicht zugelegt weil das hängt auch mit meiner Doktorarbeit zusammen ein bisschen zusammen also vielen vielen Dank dafür ich hatte es bisher immer nur im Auge gehabt um mir das mal zuzulegen aber jetzt weiß ich es nicht mehr also vielen vielen Dank da kommt noch was also es wurden ja mehr Steppenreiter gefordert dementsprechend wird das da nochmal aufgegriffen du machst dir damit glaube ich keine Freunde wenn ich so nach links auf meinen Bildschirm schaue entschlossen die Sui Dynastie zu stürzen schloss der Kagan dann 617 ein Bündnis mit den rebellischen Städten und ja ein bisschen Rebellen und auch dem General Li Yuan und Li Yuan der sollte dann bald darauf der Gründer der Tang Dynastie werden also einer der vielen chinesischen Dynastien um Li Yuan bei der Einnahme der Hauptstadt Chang'an zu helfen schickte er ihm ein Kontingent berittener Bogenschützen Perdan ja die Kumanen sind auch bekannt als Kipchaken das sind auch türkischstämmige Reiternomaden in der Westteil der Steppe um Li Yuan bei der Einnahme der Hauptstadt Chang'an zu helfen schickte er ihm ein Kontingent berittener Bogenschützen die zur Belohnung die gefallene Stadt ausgiebig plündern durften Schibis den ersten Tank Kaisers Gaozoo aus damit dieser regelmäßig Tribut zahle als erste Verteidigungsmaßnahme ließ dann der Kaiser eine Flotte von Kriegsschiffen auf dem gelben Fluss patrouillieren doch im Spätsommer 626 überschlugen sich die Ereignisse Während Ilik Kagan und sein Neffe Thuli an der Spitze einer großen Kavallerie Armee nach China vorstießen inszenierte der zweite Sohn dieses Kaisers einen Staatsstreich gegen seinen Vater und bestieg am 3. September unter dem Namen Taizong den Thron drei Wochen später erschien Ilik vor den Toren von Chang'an und forderte Tribut Taizong musste nachgeben und zahlte dem Kagan ein hohes Lösegeld auf dieser sich wieder zurück zog Der Kaiser schwor jedoch sich für diese Demütigung zu rächen und bald bot sich eine Gelegenheit dazu Zunächst jedoch reformierte er die chinesische Armee die hauptsächlich aus Infanterie bestand und deren kleine schwer gepanzerte Kavallerie schlecht ausgebildet war Taizong stellte separate Einheiten britner Bogenschützen auf deren Ausbildung er persönlich überwachte Zweitens ordnete er groß angelegte Manöver an in deren Verlauf diese Armee unabhängig als leichte Kavallerie Einheiten operierte und machte so seine Generale mit der Strategie der mobilen Steppen Kriegsführung vertraut Nach nach Feldzug im Jahr 626 scheint sich Elik Kargan zusammen mit den zahlreichen sorglichen Beratern die die osttürkische Verwaltung kontrollierte unweit der heutigen Stadt Hohod in der Inneren Mongolei niedergelassen zu haben Im selben Jahr kam es offenbar zu einem gewaltigen Vulkanausbruch dessen Asche bis nach Konstantinopel fiel und der in der Mongolei und Nordschina jahrelang zu dramatischen Klimaveränderungen führte Verschiedene chinesische Chroniken berichten von einer starken Abkühlung des Wetters mit Sommerfrösten in der Mongolei und ungewöhnlich starken Schneefällen in der mongolischen Steppe in den Jahren 627 bis 29 Und sowieso befinden wir uns in einer der kältesten Perioden der Menschheitsgeschichte jetzt abgesehen von zwischen der Antike und dem Hochmittelalter wurde es schon ganz schön unangenehm Die Umwandlung dieser Schneedecke in Eis führt dann zu einem massiven Viehsterben und einer Hungersnot Anstatt der hungrigen Bevölkerung zu helfen erhöhte Ilik Kagan die Steuern um die absehbaren Einkommensausfälle zu kompensieren Schlechte Entscheidungen in der Retrospektive Weil dies unvernünftige Politik erregte dann nicht nur den Zorn der Stämme sondern auch den des Ashina Clans selbst also seine Verwandten die auch schon durch Iliks Vorliebe für sorgtische Berater verärgert waren um es mal so auszudrücken Die Ersten die 627 28 repelierten waren die türkischstämmigen von denen ich noch nie gehört habe Shuiyan Tau die dann aber auch von den Uiguren und Bayegu begleitet wurden und die dann auch die von Ilik entsandte Armee besiegten Uiguren das sagten was die beiden anderen habe ich auch vorher noch nie gehört und bald wandte sich eben auch der restliche Ashina Clan gegen den Kagan und spätestens dann war es dann vorbei und zualler letzt griffen dann auch noch sechs verschiedene chinesische Kavalerieverbände Ilik auf einer Front von 1200 Kilometer an und ja der wurde dann im selben Jahr noch gefangen genommen und dann war es auch mehr oder weniger vorbei denn das erste Türken Kaganat hörte damit auf als unabhängiger Staat zu existieren weil entweder gibt es halt einen Nachfolger weiter im Nordwesten das ist dann aber kein Ashina mehr weil das ist einer von den Zhui Yuan Tao der dann die Nachfolge antritt und das andere ist dann teilweise Abhängigkeit mit China und Taizong lässt sich dann auch selber den Titel Tian Kehan oder himmlischer Kagan zulegen oder er legt den sich selber zu besser gesagt ja es blieb zwar unruhig trotz dieses Sieges von Taizong aber ja die Geschichte eines unabhängigen Kaganats im Osten war vorbei man versuchte dann die Ashina südlich des gelben Flusses in dem Oros Gebiet anzusiedeln in der Hoffnung sie zu sinisieren also als Art Pufferstart zwischen China und dann den jetzt herrschenden Shu Yantau oder so Shu Yantau Yantua Yantua die nun halt auch stärker wurden weil sie nun Teile der Macht übernommen haben aber der Plan scheiterte ja ich will diese Dynastien haben jedenfalls diese gerade in der Macht übernommen die kommen dann in Richtung Süden dringen dann vor und die Osttürken ziehen sich dann mehr oder weniger überstürzt zurück es es gab es gab es gab noch einen kurzzeitigen versuch der erschiener in diesen wirren die ich jetzt gerade hier um 642 beschreibe das östtürkische türken kagen nach wieder zu beleben aber es funktioniert nicht wirklich also die Herrschaft ist gescheitert aber ja irgendwie nicht wirklich weil wir haben ja noch was am besten was ist denn damit die westliche Reichshälfte genoss ja noch ein hohes Maß an Autonomie ich temi das muss ich so lachen ich temi Sir also Sir ich temi Sir Yabgu Sir Yabgu Kagan war der östliche war als östlicher Kagan also 552 bis 75 herrschte der nur also dem östlichen Kagan nur nominell gehorsam und schuldete ihm eigentlich nicht viel verfolgte eine sehr unabhängige Politik da eines seiner Lager am Fluss Tekkes lag muss die Grenze zwischen den beiden Teilen des Reiches durch den Nordwesten Chiangangs verlaufen sein so dass im Jahr 630 praktisch das gesamte Tarimbecken unter westtürkischer Herrschaft stand ich temi so den Nachfolger Tadus den hatten wir ja schon bewirkte nun die endgültige Abtrennung der westlichen Reichshälfte und erhob dann ja das hatten wir auch schon 581 auch Anspruch auf die östliche Reichshälfte gegen Ende seiner nur bruchstückhaft dokumentierten politischen Laufbahn gelang es ihm um 599 seine Herrschaft dann auf eine Reihe weiterer osttürkischer Stämme auszudehnen also die Westhälfte wurde dann immer mächtiger seinem Herrschaftsanspruch wurde jedoch heftiger Widerstand entgegengesetzt und ein Ostfeldzug um 603 endete in einer Katastrophe Im Jahr 610 bestieg dann Shikui Kagan mit Unterstützung der Sui also der Chinesen und ja die Chinesen hatten auch wieder hier erheblichen Einfluss im Westen den Thron also wenn man es dann ganz krass sieht kriegt auch irgendwann die West-Gok-Türken unter chinesische Kontrolle und damit ging China bis ans Kaspische Meer oder ans Schwarze Meer sogar die Tang-Dynastie ja der Bruder von Shikui der erreicht dann die größte Ausdehnung eben vom Tarinbecken bis ans Kaspische beziehungsweise Blaue Meer Schwarze Meer in der zweiten Hälfte der 620er Jahre unternahm dann türkische Reiter als Verbündete des Kaisers Herakios Feldzüge im Kaukasus sowie Georgien und Armenien auch das ist ja schon mal angeklungen dabei werden auch Grundsteine für das Reich der Chassaren gelegt deren Kargane Nachkommen der erschienen waren die Chassaren aber die möchte ich auch nochmal eine Folge machen das war eine jüdische Steppenreiter doch sehr interessant und wir haben ab 625 auch Westtürken in Thoraristan beziehungsweise in Nordgantara also ganz krass gesagt ich zipfel von Indien zumindest dem indischen Subkontinent um es so zu definieren wie in Soktien behielten die Türken dort diese stark zersplitterte politischen Strukturen bei es gab ganz viele kleine reiche Städte mehr oder weniger die das Umland beherrschten setzten aber häufig türkische Adlige oder Offiziere als Herrscher über diese ganz kleinen Staaten ein die türkische Herrschaft über Soktien und Thoraristan erlitt dann zwischen 648 und 59 einen schweren Rückschlag als das westliche Kaganat unter einem chinesischen Angriff zusammenbrach und sowohl das Kernland als auch die Vasalen Staaten unter die tatsächliche oder nominelle Oberhoheit der chinesischen Tang Dynastie geriet und damit reichte die Tang Dynastie die Jura ja zumindest mal bis ans Kaspische wenn nicht sogar ans Schwarze Meer das folgende Jahrhundert war dann geprägt von wechselnden Bündnissen und Konflikten zwischen den soktischen und türkischen kleinen Staaten auf der einen Seite und den Großmächten Turgush oder Turgesh China und den verrückenden Arabern auf der anderen Seite aber was sind jetzt schon wieder die Turgesh nun wir haben hier wieder eine Konfederation eine türkstämmige die sich im Nordwesten des Tian Shan formiert hatte und die nun ihre Unabhängigkeit beanspruchten wie diese andere Dynastie die ich nicht so gerne aussprechen mag haben wir nun die Turgesh hier auch wieder etwas von dem ich vorher da ich mich ja zeitlich normalerweise eher im Hoch- und Spätmittelalter oder frühen Neuzeit bewege noch nicht gehört hatte also 559 konnte eben dann die Tang Dynastie das Gebiet übernehmen und damit endet auch die Herrschaft der blauen Türken im Westen bald jedoch würden zwei andere Großmächte die chinesische Präsenz in Zentralasien herausfordern wer wird Herausforderer der Chinesen in Zentralasien welche zwei Mächte werden das was denkt ihr Gott da ist mein Wissen echt schlecht mal rein geografisch also wir befinden uns Mitte des siebten Jahrhunderts wen könnt ihr euch vorstellen also einen habe ich schon erwähnt was passiert in Mitte des siebten Jahrhunderts so weltpolitisch 622 fängt es an mehr oder weniger zumindest laut deren Kalender muslim ja also die die müssen das Kerngebiet also das auf der arabischen halbinsel persischer raum levante etc ja aber die trinken ja bis nach Zentralasien vor ja die gehen in alle richtungen genau also das ist der eine gegenspieler den sie bekommen und der andere der ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschender weil den würde man jetzt nicht als großreich in Erinnerung haben das Land gibt es heute noch könnte man sagen also es gibt ein Land das behauptet das gibt es nicht aber ja die Tibetaner das Tibetanische Großreich die werden nun was in den Bergen werden die Gegenspieler für einige Jahrhunderte ja ja während sich dann Tibets Außenpolitik auf den strategischen Krieg mit China und die Kontrolle der Handelsrouten konzentriert entwickelten sich die arabischen Überfälle im frühen 8. Jahrhundert zu gezielten Eroberungskriegen in Kabul und Umgebung konnte sich dann noch ein weiteres türkisches Königreich etablieren das sich insbesondere dadurch hervortat dass es lange der islamischen Expansion widerstehen konnte also Afghanistan war der war das Gebiet was lange lange noch buddhistisch blieb und nicht muslimisch wurde und es tat sich auch da so weit hervor dass es einen Herrscher namens Fromo Kesaro hatte was so wurde mir gesagt Cäsar von Rom bedeutet nun wie auch immer der Kaiser von Rom nach Kabul gekommen ist aber ja es gab mal einen Kaiser von Rom in Kabul und jedenfalls auch weil sie sich als Förderer des Buddhismus hervortaten die Westtürken an sich hatten zwar vor allen Dingen neben Köktengeri also dem Tengriismus dem Feuerkult praktiziert standen dem Buddhismus aber recht wohlwollen gegenüber Feuerkult was meine ich damit hat jemand eine Ahnung in welchem Kult ist Feuer eine sehr wichtige Rolle in welcher Religion in vielen je nachdem wie man es sieht ich meine Rauchopfer also sprach Zaratustra die Zoroastra ja genau also übrigens Händel also das Musikstück ja der Text ja nicht ja ne der Text nicht aber ja das das weiß ich nicht weiß man dass der Text nicht von Ende ist was aber jetzt nicht so schwer zu erraten ist es war also die Westtürken standen dem Buddhismus recht wohlwollend gegenüber aber es war nicht überall so etwa in Transoxanien wo die buddhistischen Tempel ganz klar in den archäologischen Quellen verlassen worden sind und es gibt dann auch Berichte von buddhistischen Mönchen die dort mit Steinen beworfen worden sind weiter südlich können wir jedoch eine rege Bautätigkeit beobachten was buddhistische Tempel angeht zu den herausragenden Beispielen buddhistischer Tempelarchitektur und Wandmalereien aus dem 7. Jahrhundert die im tatschikischen Teil Tucharestan entdeckt wurden ja war es Flo es ist nicht Händels Strauß jedenfalls dazu gehörten die Klöster von Kalai Kafirnigan Kafirkala Kishtektepe und Ajinatepe und Ajinatepe das ist vor allem das berühmteste da fanden Archäologen 1959 nicht nur einen klassischen Tempelkomplex bestehend aus Klostergebäuden und einem angrenzenden Tempel mit einem zentralen terrassenförmig angelegten Stupa mit kreuzförmigen Grundriss sondern in einem überdachten Seitengang auch einen 13 Meter langen schlafenden Buddha das Ding ist gigantisch also Ajinatepe wenn man sich das mal anschaut dann müsste auch ich gucke mal gerade aufs Exempel im Deutschen ist er auch dabei genau im deutschen Wikipedia Artikel für den Chat habe ich das einmal hier Gott ich bin immer noch geschockt wie konnte ich denken das war von Händel Alter eigentlich müssen ich mich an der Stalle ausklicken ich bin Hirntechnisch komplett unbrauchbar heute leck ihr Arsch beide Teile des Komplexes also Kloster und Tempel sind nach dem klassischen Vier Iwan geschrieben Iwan wahrscheinlich ausgesprochen Iwan oder so Hofplan angelegt und ein ich sag es mal wie es geschrieben wird Iwan ist eine gewölbte Halle die an drei Seiten ummauert ummauert und nach vorne offen ist und dieses Muster oder diese Struktur hat die Gestaltung der muslimischen Matrassas entscheidend beeinflusst das buddhistische Vier Iwan Kloster als Vorbild für die Matrassen diente die sich zunächst in Zentralasien entwickelten und dann auch indirekt für die iranische Vier Iwan Moschee hatte bereits Vassili Barthold Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt und das macht auch absolut Sinn die höheren muslimischen Schulen also die Matrassas entstanden dann zuerst an den östlichen Rändern des Kalifats und dann irgendwann zentral und dann westlich und es scheint dass der Islam in dieser Hinsicht stark vom Buddhismus beeinflusst wurde und dass die Matrassas an den Ufern von Amudaya und in der Nähe von Balch entstanden wo der Buddhismus bis zur muslimischen Eroberung auch die dominante Religion war und wenn man sich heute die Matrassen anschaut von Persien zum Beispiel oder die persischen Moscheen das sind im Grunde genommen vom Grundaufbau buddhistische Klösteranlagen aber damit sind jetzt sowohl das westliche als auch das östliche Kaganat untergegangen ich habe ein bisschen was zur Religion erzählt habe Träufzig Exkursion gemacht und wäre damit am Ende des ersten türkischen Kaganats und habe wieder was zu Steppenreitern gemacht so ich glaube mittlerweile ist es auch tatsächlich eine Eldie-Folge geworden weil die anderen sind einfach nur zu schweigen und gar keine Lust mehr haben nee nee so ist es nicht aber naja es war schon spannend wir haben ja vieles wiederentdeckt das wir schon kannten ja aber was denkst du wo hattest du jetzt was von den Köcktürken schon mal gehört oder Köcktürken ich bin mir nicht sicher mehr ich bin mir nicht mehr sicher ich dachte vielleicht im Zusammenhang mit den Byzantinen das Problem ist scheinbar erinnere ich mich heute als durchgehend eigentlich fast nur an Computerspiel Sachen warum auch immer heute ist mein Hirn für alles unbrauchbar außer für Referenzen aus Computerspielen kann sein dass da mal irgendwas drin war aber ich kann es nicht mehr beschwören vielleicht hat ein Elefant so ein bisschen deinen Kopf durcheinander gebracht alter dann hat er es heute Morgen schon sehr früh gemacht ich bin heute schon den ganzen Tag so nichts geistig leistungsmäßig fähig ich heute im Seminar sowas von geschämt weil ich kaum einen Satz rausbekommen habe aber egal naja weiß es leider nicht mehr also ich hatte schon mal davon gehört aber ich überlege wo die vorkommen könnten gut kann natürlich auch sein das ist schon kein unauffälliger Name also das kann auch gut sein dass das irgendwann mal irgendwo in einem anderen Kontext historisch aufgetaucht ist ich habe es mir irgendwo mal abgespeichert und jetzt hat mein Hirn mal gedacht ich habe da war was aber keine Garantie naja wie dem auch sei damit wären wir erst einmal am Ende und bei einer weiteren LD-Folge durch ein wilder Ritz mit den Steppenreitern ein wilder Ritz durch die Steppe was zum was ist das soll das Grillen sein wenn ja dann Alter das Tschernobyl Grillen ich habe tatsächlich einfach die richtige Taste nicht gefunden das sollte Olli eigentlich bekommen das andere hat jetzt aber auch gepasst so wieder wie es war angemessen verstörend damit wünsche ich euch allen einen schönen Abend einen schönen Morgen wir vermissen Karol jetzt was machen wir denn ja oh Gott wir müssen wir alles danken das macht der Karol so zuverlässig ich habe es gar nicht im Kopf Gott oh Gott Karol ohne Karol der darf nicht mehr ausfallen ist hier mit verboten wir bedanken uns bei Franziska Roman Jürgen Matti Sebastian Charlotte und Anne ich hoffe es einfach mal hoffe dass das stimmt für eure Unterstützung und damit bis bald bis dann tschüss tschüss Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017